Ja geschafft, alles eingepackt soweit. Die Reise kann losgehen. Wie lange war ich jetzt hier? Eigentlich viel zu lange in Deutschland, viele Wochen ungewohnt. Aber wie soll es anders sein? Auch hier gibt es tatsächlich Sonnenschein, 25 Grad und da macht es doch Spaß auch ein kurzer Hose rumzulaufen und ein bisschen hier, wie man sehen kann, auch einfach zu hecheln und auf dem Boden zu legen. Morgen geht es los, die wilde Fahrt Richtung Norden. Da wollen wir mal gucken, wie die Schweden so drauf sind und wo der Polarkreis so lang läuft. Alles weitere von der Strecke. Wie geht es mir? Ja, wird Zeit, dass es losgeht. So geht es mir. Ich freue mich riesig, dass ich hier mit meinem bepelzten Mitbewohner unterwegs bin und dem geht es auch ganz gut. Temperaturen um die 25 Grad hervorragend, gut für die Hüfte. In diesem Sinne zeige ich euch noch mal kurz hier. Es schwenkt ums Auto und dann alles eingepackt. Ihr seht, hier gibt es keinen Beifahrersitz mehr. Da soll der Hund rein. Und wir haben auch schon ein bisschen Probe gelegen. Da unten liegt der Dicke. Nicht ganz so fotogen. Kameralinsen ist nicht seine Welt. Hier hinten Materialfolgen eingeladen. Hier hinten rum, bekanntes Bild. Alles mögliche drin. Stühle, Schlafutensilien, Tisch und so weiter. Auch die Seite gibt es hier einen Haufen Material. Kühlschrank natürlich. Da ist sogar schon was drin. Man soll es glauben. Und hier wird der Fahrer Platz nehmen. Und gleichzeitig natürlich ein Auge auf den Pelz werfen. In diesem Sinne, ab geht die Fahrt.